So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich zum Guten Morgen Börse gemeinsam mit XTB. Heute ist Freitag, der 29. September 2023, letzter Handelstag des dritten Quartals 2023. Und wir wollen uns einen Blick gönnen natürlich auf den Nasdaq, auf den DAX und auf den S&P 500. Hauptsächlich wollen wir uns natürlich einen Blick gönnen auf unseren DAX bzw. auch auf den Nasdaq. Wir hatten gestern an dieser Stelle, ich hatte gestern an dieser Stelle gesagt oder die Frage gestellt, ist der Boden drin? Und ich glaube, wir können uns jetzt darauf einigen, ja, der Boden ist drin. Wir haben einen deutlichen Break höher zu sehen bekommen. War ein initialer Kampf, aber dann doch eine sehr, sehr dynamische Bewegung auf der Oberseite. Allerdings, und das ist etwas, das möchte ich an dieser Stelle betonen, es ist definitiv noch viel zu früh zu sagen, jetzt ist zwar der Boden drin kurzfristig, aber das ist jetzt der Beginn irgendwie einer Jahresend-Trail oder dergleichen. Davon sind wir ganz weit weg. Das war erstmal eine kurze technische Reaktion. Der Boden ist drin für diese Woche, der Boden ist drin jetzt für den Monat September und es müsste wirklich schon, man möchte fast sagen, mit dem bärischen Teufel zugehen. Wenn wir jetzt nochmal diese Tiefs anliefen, es ist nicht ganz ausgeschlossen, logischerweise, ausgehend von externen Triggern, die in irgendeiner Form über Ticker laufen können, unvorhergesehene, sonst ist der Wirtschaftssachenkalender dünn. Auch die Quartalsberichtssaison ist jetzt zu Ende, nach Nike gestern final mit Zahlen, die vorgelegt worden sind. Auch das übrigens ganz interessant, die waren jetzt nicht so crushing, aber zumindestens mal sehr bieten dauernd die Aktien und eventuell auch ein Kandidat für eine ausgeprägtere Gegenbewegung. Aber nichtsdestotrotz, also kurzfristig, das Bild hält sich auf und jetzt gucken wir uns einfach mal die technischen Level an, die es zu berücksichtigen gilt für die nächsten Tage. Heute mit Sicherheit, aber auch die nächsten Tage vielleicht sogar. Bevor wir allerdings offiziell beginnen, zunächst der Blick auf den Risikohinweis. Stavision und CFD sind komplexe Handelsinstrumente, die werden auf Margin getradet und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Sind ausgehend hiervon nicht für jeden Anleger geeignet, bevor man mit dem Handel beginnt. Erstellen mal bitte sein persönliches Risikoprofil und oder lassen ein solches erstellen von einem unabhängigen Finanzberater. Lade sich dann auf xtb.com.de kostenlos eine Demo herunter, teste ein anderes Risiko frei, schaue, ob der Handel mit diesem Produkt sich für ein eignet. Und sofern man das für sich mit Ja beantworten kann, hat man natürlich auch die Möglichkeit, ein Live-Konto zu eröffnen. Diesbezüglich aller Informationen, um vorstellende Risikenfalls, findet ihr auf xtb.com.de. Okay, ganz kurz in eigener Sache. Bitte nichts, was ich in den folgenden Minuten präsentiere, als Anlageempfehlung missverstehen. Es handelt sich um ein edukatives, informatives Event. Ihr könnt gerne in der Aufzeichnung unterhalb des Videos eure Kommentare hinterlassen, Fragen stellen und dergleichen, die ich dann aufgreifen würde, schriftlich beantworten. Im nächsten Event beantworte aber bitte nichts als Anlageempfehlung missverstehen. Hier haben wir die Kontaktdaten von xtb, Telefon bzw. E-Mail, xtb als Broker kurz vorgestellt, bester CFD Brokersjahrs 2023, ausgezeichnet von Brokerwahl, die Gründe dazu geführt haben. Mit Sicherheit auch der Zielspread von 0,8 Punkten im DAX und zwar zwischen 8 bis 22 Uhr, vielleicht für Berufstätige ganz interessant, darüber hinausgehend die X-Station eventuell auch als Grund zu nennen. Und genau auf die wollen wir uns jetzt hier einen Blick gönnen und ganz kurz mit dem DAX beginnen und der startet Bullish in den Tag. Wie wir sehen können, also jetzt ist kurz nach 9, Kasseröffnung ist durch und wir sehen hier der DAX schon wieder mit grünen Vorzeichen bzw. hier entsprechende Bullishness. Und wir laufen das projizierte Kursziel auf der Oberseite ab. Also wir hatten ja hier eine mögliche Inverse-Schulterkopf-Schulter formuliert gehabt, die sah gestern Unterattacke aus. Also das war in Relation zum Beispiel zu dem, was wir im Nasdaq gesehen haben, war das relativ schwach erstmal initial, aber die Tiefs haben gehalten werden können. Ich weiß jetzt nicht, ob das dann noch als SKS, als Inverse-SKS, als Trendumkehr-Formation durchgeht, sei es drum. Und was es mir hauptsächlich geht, ist erstmal ein Indiz zu identifizieren oder zu erkennen, okay, wir sind jetzt erstmal nach unten offensichtlich fertig. Und vor allem auch, wie weit könnte denn jetzt eine Gegenbewegung eben laufen. Und was ich dazu eben mache, ist, ich habe hier diese Nackenlinie, würde man in der Schulter-Kopf-Schulter-Formation vielleicht sagen, auf den Kopf habe ich ein Lot gefällt und dupliziere das einfach auf der Oberseite. Und dann erkennen wir, dass ungefähr die Zielregion jetzt auch auf der Oberseite abgearbeitet wurde. Trading-Technisch, glaube ich, ist das relativ schwierig vielleicht sogar, dass das umzusetzen, wenn ich ganz ehrlich bin, eventuell Open Range Breakout, den kannst du hier in Betracht ziehen. Vielleicht, weiß ich nicht, ehrlich gesagt, das Problem ist nämlich, dass du Chancen-Risiko-Verhältnis-Technisch eben schon relativ weit gelaufen bist. Auch wenn man natürlich argumentieren könnte, naja, vielleicht ist das auch erstmal der Beginn einer doch noch weiter ausgeprägteren Gegenbewegung. Allerdings muss man natürlich dazu sagen, wenn wir uns diese Konstellation hier anschauen, wir haben gestern, jetzt infolge der Vorgaben seitens der Wall Street, diesen beschleunigten Abwärtstrend folgend auf die FED-Leitzinsentscheidung vergangene Woche Mittwoch, haben wir brechen können. Das ist diese orangefarbene Linie. Und jetzt, naja, jetzt haben wir als nächste Zielregion diese etwas flacher verlaufende Abwärtstrendlinie, die beginnt mit den Hochs, die wir im September mit diesem Versuch über die 16.000er Marke zurückzubrechen eben ausgebildet haben. Folgend auch auf die EZB an dieser Stelle rollt jetzt ein wenig über Ausbruchregionen von Montag. Hier potenzielle Zielregion, das ist eben der Bereich 15.550, 15.600. Ich wäre jetzt nicht überrascht, wenn wir erstmal hier so einen kleinen Stallout vielleicht sehen über die nächsten Stunden und dann seitens der US-Märkte abwarten, wie die sich präsentieren. Die wandeln nämlich, meiner Einschätzung nach, jetzt wiederum nach einer relativ starken Performance gestern oder beziehungsweise mal einer erholenden Performance gestern, so ein bisschen auf des Messers Schneide. Also wir haben sowohl den S&P hier mit diesem Undercut der August-Tiefs zum Thema ja gemacht als Bounce-Kandidaten beziehungsweise ganz besonders eventuell sogar den AStack, da habe ich gestern auch einen entsprechenden Trade gehabt, den ich in der Nachbetrachtung extrem aggressiv gehandelt habe, ehrlich gesagt. Also extrem aggressiv im Sinne von der Positionsgröße. Ich habe nämlich tatsächlich, nachdem wir hier halten haben können und ich meinen ersten Long kurz unter Wasser gesehen hatte, aber keinen Drop deutlich unter den durchschnittlich bezahlten Preis erfolgt hat, ausgehend von dieser Gegenbewegung, die wir am Mittwoch hier zum Thema gemacht hatten. Und wir erinnern uns ganz kurz daran, ich hatte gestern ja gesagt, dieser orangefarbene Kasten in Anführungsstrichen kann man sich so als Orientierung vorstellen für den durchschnittlich bezahlten Preis seitens des Marktes. Wenn wir drüber halten, dann ist das eher ein Long-Signal, werden wir drunter gedrückt, nachhaltig, dann könnten diejenigen, die hier diese Bewegung getragen haben, ab Mittwochabend unter Wasser gedrückt werden und sich so vorgestellt werden, die dann früher oder später ihre Position abstoßen. Und das könnte nochmal eine Attacke auf, beziehungsweise ein Bruch unter die tiefste Mittwoch nach sich ziehen. Und davon hing das im übertragenen Sinne ab. Es ging relativ hakelig los an dieser Stelle. Das Interessante war aber, dass wir haben deutlich dann hier dieses Level verteidigen können und als wir ganz besonders hier nochmal so einen finalen Flush sahen, hier dieser Bereich, da habe ich gesagt, den will ich zwar jetzt noch nicht long sein, aber, oder beziehungsweise hinzunehmend long sein, aber wenn wir jetzt auf neue Tageshochs gehen, dann hast du eigentlich einen Grund, dich long zu positionieren. Auch das ist in der Nachbetrachtung etwas, das muss ich dann in meinem Trading Journal entsprechend vermerken, da muss ich mir Gedanken darüber machen. Die Frage, ist das gut hier mit einem Buy-Stop zu arbeiten? Sollte ich hier nicht eher die Konsolidierung und den nachhaltigen Break höher abwarten? Jetzt in der Nachbetrachtung sieht es natürlich leicht aus und das wäre der eigentliche Trade gewesen. Wir haben hier nach diesem Vorstoß in diese Gefilde inkonsolidiert im Bereich um die Roundabout 14.800 und dann ging der Drive nach oben los, nach dieser engen Konsolidierung, die hier aufgelöst wurde. Das war meiner Einschätzung nach rein Price Action technisch ein klares Signal. Also das war kurz davor. Hier hatte man eigentlich lange Zeit, lange Zeit ein Trade Setup zu formulieren, ausgehend von der Price Action, wenn man denn dann mit der These entsprechend so in den Tag ging, wie ich es ja gestern an dieser Stelle hier tat. Wir sahen dann eben entsprechend den Break höher und ich habe tatsächlich auch einen sehr, sehr guten Exit gefunden. Da kamen allerdings mehrere Gründe zusammen. Zum einen das projizierte Kursziel, hier dieser SKS, wenn wir die auch so einzeichnen, in dem Fall, das liegt ungefähr um 15.000 Punkte, wie wir es gestern hier gesagt hatten. Wir sind eben hochgehandelt worden um 14.950, 50 Punkte drunter. Zu dem Zeitpunkt hatte ich durch den Ad schon ein extrem gutes Payoff Ratio für den Trade. Demnach war der Trade schon hoch profitabel und ich hatte da so ein bisschen die Frage, sind wir nicht jetzt schon ein bisschen arg extensiert auf der Oberseite? Wir waren zu diesem Zeitpunkt fast eine ATR auf der Oberseite gelaufen, relativ zügig. Wenn das in einem Earningstitel in irgendeiner Form, in einem Einzeltitel stattfindet, dann sage ich mir, eine ATR ist da noch nicht die Welt. Die kann auch mal zwei, drei ATR laufen, wenn richtig, in Anführungsstrichen, Schmack das reinkommt. Im Falle des breiten Marktes ist das schon eine relativ weite Bewegung, ehrlich gesagt. Und nochmal, die Positionsgröße. Ich hätte sie runternehmen können, 50% rausnehmen, den Rest stehen lassen als Swing. Der wäre dann allerdings auch hier gestoppt worden. Und ich habe mich dann kurz nach 18 Uhr auch vor dem Hintergrund des Zeitfensters einfach dazu entschieden, die Position hier zu nehmen. Wie gesagt, rauszunehmen. Ich muss allerdings an der Stelle mir nachbetrachtend die Frage stellen, war das eine, in Anführungsstrichen, Plus-EV-Entscheidung? Also hat die einen positiven Erwartungswert? Weil das war eben kein sauberes Signal über einen EMA, der gekreuzt wurde oder sonst dergleichen, sondern das war eine Kombination von diversen Aspekten, die da zusammengelaufen sind. Und da muss ich mir die Frage stellen, lässt sich das duplizieren? Kann ich das irgendwie quantifizieren, um das in Zukunft weiterzumachen? Weil es offensichtlich funktioniert hat, jetzt in dem Fall. Das war ein ziemlich optimaler Exit aus der Position. Oder aber war das ein Glückstreffer, in Anführungsstrichen? Das ist eine Nachbetrachtung, eine Arbeit, die hier auf den Trade meinerseits erforderlich ist. Aber zurückkommen, wie gesagt, auf den Nasdaq. Da wird die Frage jetzt sein, sind wir in der Lage, halt oberhalb der Ausbruchregion zu halten? Ich finde, wir haben schon sehr, sehr gut gestern reagiert, bei diesem ersten Pullen und dann auch in den Abend hinein oder über den Nachthandel. Das ist jetzt nicht so aussagekräftig, aber wir konnten es relativ solide halten. Gehen wir über die gestrigen Hochs, gehen wir über die 15, wäre nicht auszuschließen, dass wir weiter Bullishness auf der Oberseite zu sehen bekommen und dass wir eben eine ausgeprägte Korrekturbewegung vielleicht bis in Gefilde, sag ich mal, roundabout hier, erstmal der 50-Tage-Linie, so einen Retest von unten sehen. Jetzt kommt aber das große Aber. Es ist bis hierhin erstmal nur eine sogenannte Sucker-Rallye. Denn, wenn ich mir den S&P 500 ETF anschaue, den Spider und hier die 5-Tage-Linie oder auch die Qs, das ist der Nasdaq 100 ETF, den mache ich mal hier auf 30-Minuten-Basis auf, wir können sehen, da handeln wir um diese schwarzfarbene Linie. Das ist die 5-Tage-Linie. Wir haben die noch nicht nachhaltig zurückerobert. Und wir sagen, solange wir drunter halten oder um diese herum pendeln, sind jegliche Rallys, die kurzfristig mal auf den Weg gebracht werden, die erwartungsgemäß auftreten in solch einem überdehnten Umfeld auf der Unterseite meiner Einschätzung nach, sind mit großer Skepsis zu beäugen. Und ausgehend hiervon gilt es eben noch eine finale Bestätigung abzuwarten. Nehmen wir die Hose allerdings von gestern raus, halten die möglichst zur Eröffnung, möglichst unter anziehendem Volumen. Ich glaube, dann haben wir auch ein klares Signal, dass wir in das neue Quartal mit eher Aufschlägen dann konfrontiert uns sehen sollten. Bis dahin, wie gesagt, ist das mit Vorsicht zu genießen. Wir müssen schauen, ob die Bullen wirklich Kontrolle übernehmen. Fakt scheint auf jeden Fall zu sein, Mittwoch, das waren erstmal die Tiefs für September. Da glaube ich nicht mehr dran, dass wir die noch ernsthaft anlaufen. Dafür wäre es erstmal notwendig, im Nasdaq beispielsweise, dass wir zurück unter die 14.800 fielen. Meinerseits sei es das gewesen. Schönes Wochenende. Happy Trading. Passt auf die Stops auf. Und wir hören uns nächsten Montag wieder. Ich freue mich. Habt euch wohl. Bis dann. Und tschüss. Bis dann.